Wie kann ich behilflich sein, Herr der Finsternis? Ich suche nach einem Date. Verstehe, du suchst nach einer Diät. Nein, 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 ich möchte jemanden kennenlernen. Verstehe, du möchtest Melonen entkernen. Kapierst du's nicht? Ich will ein Date haben. Ich bin... so alleine. Ich verstehe, du hast auch schöne Beine. Oh, je. Zu viele Augen. Zu wenige Augen. Steh nicht auf den Tacken. Paps! Nein, oh, Melfisch! Du bist gestresst, du arbeitest zu viel. Du brauchst Urlaub vom Urlaubplan für andere. Und dafür habe ich die perfekte Lösung. Mavis, bitte sag mir, wo es hingeht. Eine Kreuzfahrt? Wow! Überraschung! Oh, nein, 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 nein. Paps! Komm schon, hier kann man so viel machen. Du kannst tauchen gehen. Exotische Speisen probieren. Oder nur die Aussicht genießen. Oh! Okay, Vater, danke. Vielleicht gibt's für dich ein persönliches Feuerwerk. Wir sind hier nicht auf dem Traumschiff, Frank. Ahoy, Freunde! Ich bin Captain Erica. Sie müssen der weltberühmte Graf Dracula sein. So ein ausländischer Akzent lässt einen Mann so intelligent klingen. Du bitte, schulakubide. Volltreffer, Schatz! Das ist der Sommerurnoom aller Zeiten! Du hattest recht, Uropa von Helsingen. Monster sind ekelhaft! Und sie haben keine Ahnung, was ihnen gleich blühen wird. Es läuft alles nach Plan. Und sie haben keine Ahnung, was sie haben. Und sie haben keine Ahnung, was sie haben. Und sie haben keine Ahnung, was sie haben. Irgendwas an dieser Frau stimmt nicht. Für das Essen hier könnte ich sterben. In der Guacamole muss Knoblauch gewesen sein. Ist das tödlich für dich? Warst du das? Oh nein, Blobby muss sich übergeben. Papi.